Ja, das ass ich. Es ging hier bei den Atlantischen Dorf. Es war sehr lecker und dennoch hat dieser hier dazu geführt, dass ich dann hier hinging ins Passenanschaltergarten Spital. Einfach deshalb, weil zu dieser Zeit hat er hier dann auch gemäß dieser Diagnose, die ich da erhalten habe. Das ist da sehr schmerzhaft gewesen und demzufolge war da dieser Verlauf, welcher hier beschrieben wird. Und demzufolge gab es da diese anderen Informationen. Es gab hier dann sozusagen diese Invention, der Verlauf von diesen Medikamenten, zumutbare Arbeitszeit und eine weitere Kopie. Was hier dann dazu geführt, einfach ein einfaches Arbeits- und Fähigkeitszeugnis zu erhalten und da sind die Spechpersonen dazu. Ja, und dieser weitere Detail ist dazu. Es gab dann noch ein Rezept, welches da dann einfach einnähen, so dass da diese mit zu berücksichtigen ist und demzufolge bei Schmerzen. Diese haben sich mittlerweile gelindert, so dass ich da tatsächlich wieder weitgehend den Normalzustand der Gesundheit erreicht habe.